Weg weiter. Gut, so gängs. Weg mit der ihr... Du ja, weg mit du ja. Nur noch 6, nur noch 100 Minuten und ich muss nach links. Nur noch 5 Minuten, scheiße. Unter mir ist Lava, also hier oben. Habt ihr's gehört? 5 Minutes, 2 Dingsbums, äh, dädä. Oh Gott, Flammen. Flammen. Okay, warten auf die Flammen. Okay, da jetzt, natürlich. Scheiße! Ich komm hier nicht mehr raus! Oh nein, Samus! Samus, ich bin hier wurscht! Ich dachte, ich hab irgendwas gegen Hitze jetzt gerade bekommen, aber ihr habt mich wohl richtig verarscht, Alter. So, weiter, 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 weiter. Oh, was bist du denn, Alter? Ähm, ich kann so kacke schießen mit dem Teil. Das ist so unglaublich. Mit Tastatur zu spielen ist echt nicht für jeden ratsam. Okay, mein Handy klingelt. Kacke. Ich muss Pause machen. Bis gleich. Ah, okay, Leute. Ich bin wieder da. Es muss weitergehen. Okay, ich hoffe, die Zeit ist nicht weitergelaufen. Doch, anscheinend schon. Ich weiß es nicht. Äh, mein bester Freund hat mich gerade ange... Fick dich! Scheißsteuerung! Nein, Scheißsteuerung! Alter, ich halte es im Kopf nicht aus. Mit Tastatur zu spielen ist... Ich werde davon aber nicht loskommen. So. Ähm, mein bester Freund habe ich gerade angerufen. Über Skype! Wie geil ist das denn? Yeah! Muss ich auch mal machen. Skype ist ja geil. Fick dich, Alter. So, und da komme ich jetzt nicht hin. Doch, jetzt aber. Nein! Mann, Samus, nur weil du zu dämlich und weil ich zu dämlich bin. Alter, hier hoch, hier hoch. Und jetzt bist du natürlich wieder... Alter. So. Halt dich fest, genau. Spring rauf. Äh, spring rüber. Mach hier alles kaputt. Moment. Oh, Samus! Hier geht es nicht hoch, war klar. Wäre ja auch geil, wenn ich mal den richtigen Weg gehen würde. So, weg mit dir. Schaden ist mir egal, Alter. Nein! Oh, drei Minuten nur noch. So, nochmal. Alter, weg mit dir. Oh, Alter. Alter, ich... Mann, früher konnte ich euch mit einem Schuss ganz bestimmt tot machen. Aber jetzt mit den Super-Isles-Missiles geht es natürlich nur noch mit Dingsbum-Schüssen. Äh, wohin? Ich muss noch links und ich bin gleich da. Gut. Nein! Nein! Ficken, ficken, ficken. Weiter, weiter, weiter. Haltungsraum. Hä? Kaputt machen, kaputt machen. Kaputt machen, kaputt machen. Kaputt machen, kaputt machen. Warum kommen die jetzt von oben, von überall? Dahin. Okay, 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 okay. Alter, nur noch drei Minuten und es kommt eventuell ein Bosskampf. Und... Okay, es kommt ein Bosskampf. War ja so klar. Ich hasse euch dafür und kein Speicherraum. Alter. Okay. Gehen wir es an. Wir packen es. Funk Royale packt es. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Oh Gott, ein Mann. Nein, es tut mir leid, ich wollte ihn nicht erschießen. Nein! Ich hab den Mann erschossen. Äh, ein Auge, ein Auge, ein Auge. Ein... Hä? Hä? Moment. Hä, wie geil. Na, wie geil. Okay. Okay, noch zweieinhalb Minuten und muss ich schaffen in der Zeit. Schaffen wir das, Leute? Äh... Ja! Hier, 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 hier. Sammelt es ein. Aber, ich glaube, es war... Kann man den Mann auch am Leben... White Beam! Mehr auch nicht. White Beam einsatzbereit. Beam wird weit gestreut. Hat dieses Scheißteil... Die Kontrolle... Ist es aus? Ist es... Ja, Kühlsystem in Betrieb. Boah, okay. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ist die Grafik auch genial dazu. Oh, mein großer Gott. Ich hab ne neue Waffe. Oh, mein Gott. Ich hab's grad nicht mal richtig realisiert, dass ich irgendwas Neues habe. Aber, ja, was Neues! Oh, Gott, wie geil. Und wie cool ich den grad hier oben besiegen konnte. Dit ist schön. Dit ist, äh, ein Erfolg für mich. Und jetzt berliner ich schon wieder. Aber ist mir egal. Weil ich hab ne neue Waffe. Mit einer 9. Oh, Gott. Ich muss aufstoßen, weil ich so in Rage war grad. Gut, Leute. Ähm, jetzt hör ich aber auf und lad den Teil hoch. Eventuell mach ich weiter. Eventuell nicht. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen. Oder heute... Mit... Mit... Mitternacht, wie immer. Oder... Scheiß drauf. Ich hab euch lieb. Funk Royale. Over and out. Tschüss.